Der durchschnittliche IQ der Bevölkerung ist 100. Das bedeutet, die Hälfte der Bevölkerung hat einen IQ unter 100 und 70% sind im Bereich von 85 bis 115. Der Staat unterscheidet zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht, das Privatrecht für den Pöbel, den Teil mit dem niedrigen IQ, das öffentliche Recht mit deutlichen Privilegien und scharfer Diskriminierung gegen den einfachen Staatsbürger für den Adel, die gekauften Intellektuellen des Staates. Aber in den Schulen und dann auch Universitäten wird das nie hinterfragt, sondern als völlig selbstverständlich gelehrt. Also zum Mitschreiben. Das Recht gilt für alle gleich. Immer. Gilt das Recht nicht für alle gleich, ist es kein Recht. Es mag Gründe geben, warum das so geregelt wird, aber es ist nicht Recht. Es ist etwas anderes.